Hinzuverdienstgrenze, volle EM-Rente, erhöht sich oder hat sich erhöht, kann ich aus meinem Minijob jetzt einen Midijob bei gleicher Stundenzahl machen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine super Anfrage bekommen auf Rentenbescheid24.de, da geht es um folgendes. Ich hätte eine Frage zur vollen EM-Rente, da ich mitbekommen habe, dass die Zuverdienstgrenze erhöht wurde, wollte ich jetzt wissen, wie das bei einem Minijob genau funktioniert. Da ich ja nur 520 Euro verdienen kann, kann ich diesen Minijob in einen Midijob umwandeln wegen der neuen höheren Zuverdienstgrenze. Ich kann ja trotzdem nur drei Stunden am Tag arbeiten, daran wird sich auch nichts ändern. Denn wenn meine Stunden voll sind, muss ich zu Hause bleiben und wenn ich noch arbeiten könnte, da wären dann halt eben noch Tage übrig. So ungefähr die Anfrage. Also ich sage es mal so, ist relativ einfach. Solange Sie sich an die gesetzlichen Stundenvorgaben bei einer vollen Erwerbsminderungsrente halten, also nicht mehr pro Arbeitstag, das sind 5 Werktage in der Woche, nicht mehr als bis knapp unter drei Stunden pro Tag arbeiten, ist das der Deutschen Rentenversicherung im Grunde genommen völlig egal, was Sie machen. Das kann ein Minijob sein, das kann auch ein Midijob sein. Midijob, das wissen Sie, das ist die sogenannte Kleidzonengeschichte, der Übergangsbereich, also von 520,01 Euro, also kurz über Minijob bis knapp unter 2.000 Euro, das ist der sogenannte Midijob-Bereich. Und wenn Sie in diesem Midijob-Bereich arbeiten und nicht mehr als drei Stunden pro 5-Tage-Woche arbeiten, dann ist Ihre volle Erwerbsminderungsrente im Grundsatz auch dann nicht in Gefahr. Wenn Sie sich also zum Beispiel im Midijob-Bereich genau in dieser Grenze von Jahreseinkommen brutto 17.823 Euro, das ist diese grobe Hinzuverdienstgrenze bei voller EM-Rente ab 2023, halten und bewegen, dann ist das völlig okay, aber Sie müssen halt wissen, alles was Sie über 520 Euro im Monat dazu verdienen, ist nicht mehr Minijob, sondern dann sozialversicherungspflichtiges Entgelt. Wir nennen es natürlich dann Midijob. Also im Grundsatz kein Problem, aber wenn Sie sicher gehen wollen, müssen Sie halt eben jetzt diese 17.823 Euro zum Beispiel durch 12 dividieren und dann bleiben Sie monatlich in diesem durch 12 geteilten Brutto-Bereich und sind dann letzten Endes auf der sicheren Seite. Denn das ist die Hinzuverdienstgrenze, die nach Aussagen der gesetzlichen Rentenversicherung und auch des entsprechenden geänderten Gesetzes nicht an eine volle Erwerbsminderungsrente für ab 2023 angerechnet wird. Vorausgesetzt aber, und das merken Sie sich bitte immer, nicht mehr als drei Stunden arbeiten. Wenn Sie mehr als drei Stunden im Schnitt arbeiten, ist Ihre volle EM-Rente natürlich dann in Gefahr. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Und da seid ihrrin der oder in der Rente 차�one Heute